Die singende Visitenkarte kommt in diesem Jahr aus Israel. International ist Kobi Marimi noch nicht allen ein Begriff. Und das kann man auch ändern, hat sich Kobi gedacht. Und singt gleich seine Selbstvorstellung für das Publikum. So praktisch und so gut. Mit dieser biografischen Abhandlung will er für sein Heimatland und für das Gastgeberland Israel antreten. Und das macht er mit Home. Kobi Marimi für Israel. Kobi Marimi kommt sehr, finde ich, sehr vornehm, sehr höflich rüber. Und ich finde es auch höflich von den Israelis, dass sie bei ihrem eigenen Triumph die große Bühne anderen überlassen. Ja, das kann man wirklich sagen. Es ist der erste Moment, wo ich das Schamkissen mir mal schnappen muss. Nein, come on. So schlimm ist es nicht. Ich möchte das mal loswerden. Ich habe immer jedes Jahr, eigentlich gibt es zwei Länder, die sind für mich eine sichere Bank, meine Lieblings-ESC-Länder. Ich kann es ja jetzt mal verraten. Italien und Israel, eigentlich jedes Jahr. Und in diesem Jahr schießt Israel für mich so quer. Das ist mir zu schnulzig, diese Selbstbeweihräucherung. Made of Stars ist dir zu schnulzig, aber Made of Stars fand es zu gut. Made of Stars war toll, aber das handelt ja auch nicht von seinem Werdegang. Das hat Imri Ziv schon gemacht. Dem verzeihe ich das, weil er da auch so gut trainiert auf der Bühne stand. Er ist auch gut trainiert. Und eine tolle Show hingewiegt hat. Ja, warte mal ab. Aber der Kobi ist einfach nur so gerührt von sich selbst und erzählt uns diesen steinigen Weg. Nein, es geht um seine Heimat. Nein. Das ist doch metaphorisch gemeint. Ja, ich weiß nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass es so ein bisschen um ihn selbst geht. Denkt doch mal ein bisschen weiter. Wir haben alle einen schweren Weg hinter uns. Ihr auch. Ja, wir auch. Also von daher, da jetzt gleich einen Song drüber zu machen und dann auch noch so in diesem Anzug. Und was macht er? Das ist ja sein eigener Backing. Das ist so sein eigener Chor. Was singt Nevena nochmal? Die Nacht ist lang. Es ist traurig ohne dich. Das fandst du toll, ne? Ja, das fand ich toll. Wir haben so aufmerksame User, müssen wir nochmal sagen. Es war natürlich nicht 1997, wo sie angetreten ist, sondern 2007. Ach ja, beim Junior Revision. Entschuldigung, ich habe sie zehn Jahre älter gemacht. Das tut mir leid. Kommen wir mal zurück zu Kobi. Ja. Ich bin wirklich sehr traurig. Ich hätte mir auch ein Lied in Hebräisch gewünscht, auf Hebräisch. In Israel, das wäre die Chance gewesen, vertan. Und ich weiß, dass ich nicht alleine dieser Meinung bin. Herzlich willkommen zum Eurovision Kitsch Contest. Das trieft richtig. Ein Musical-Song, eine dramatische Ballade. Ja, man muss das mögen. Und ich bin gespannt, wie viele Leute das beim ESC mögen werden. Gute Ansätze, aber nicht gut ausgeführt. Ich finde es auch nicht superklasse, aber ich finde, ich kann es gut hören. Stört mich nicht. Ja, es stört nicht. Das ist das Problem. Es stört mich. Kobi Marini hat eine sehr außergewöhnliche Stimme. Er hat immer so eine arabische Koloratur drin. Deswegen war ich sehr überrascht, dass er den Song auf Englisch singt. Sein Englisch ist nicht gut. Das klingt blöd. Ich bin da eher skeptisch. Die Entscheidung, das auf Hebräisch zu singen, wäre schlauer gewesen, meiner Meinung nach. Es gibt sozusagen mit diesem Lied von Kobi Marini, gibt es die erste Message, die da lautet, wir wollen nicht wieder gewinnen. Aus Israel bekommen wir dieses Jahr das klassische Lovely Horse. Lovely Horse kennt man in ESC-Kreisen als einen Song, der geschickt wird vom Gastgeberland, um bloß nicht nochmal gewinnen zu müssen. Ich finde, das ist auch dem Künstler gegenüber nicht fair, weil der wirklich gut ist und jetzt muss er halt mit so einem drögen Lied sein Land verteidigen. Ja, schade. Also eine harte Zeit für Israel, die ja aber auf jeden Fall im Finale sind, denn sie sind ja Gastgeber. Und ich freue mich auf eine hoffentlich Startplatzierung im Mittelfeld, weil da kann man definitiv pinkeln gehen. Platz 14, lieber Consi, kannst du dir schon mal merken. Dein Wunsch wird erfüllt und danke Thomas. Ja, auf Hebräisch wäre es toll gewesen und es ist einfach zum Weinen, es ist so weit weg von toll. Konnte das dann passieren? Er ist doch ein toller Typ, er ist ein toller Sänger. Jetzt auf einmal findest du ihn doch gut. Ja, ihn an sich, die Stimme ist toll, da hätte man so viel machen können. Ja, das finde ich auch. Also die Stimme ist toll, es ist zumindest ein außergewöhnlicher Song, ein außergewöhnlicher Sound, würde ich sagen. Der Song ist sehr außergewöhnlich. Nein, ja, aber wie er singt, er hat irgendwie einen Ausdruck, er verkörpert irgendwas. Also ich finde, es gibt auch Argumente dafür, dass dieser Song nicht ganz so schlimm rüberkommt. Und auch da bin ich nicht allein. This is so beautiful, this is musical theater realness. There is literally no production. It's almost like he's singing a cappella. Er ist quasi die fünf Tenöre, kann man das so sagen? 360 degrees in four split screens. It's truly amazing. And what you see is a man who wants you to come home. Ja, ich mag die Stimme. Auf jeden Fall. In the music video, what I love, is the whole time he's so serious, telling us that he's someone. I'm someone, I'm someone. I am someone. I am someone. Ich denke mir, ja, irgendwie hat das schon eine Größe und das kann man auch schön inszenieren. Das wird natürlich nicht gewinnen, aber es wird vielleicht auch mal nicht letzter werden. Das ist ja auch schon mal gut für einen Host, nicht letzter zu werden. Fragen Sie mal in Portugal nach. Ja, aber also richtig, also es ist schon jetzt nicht die Nummer eins. Das muss man ehrlich so sagen. Das Gute ist, er war ja auch lange Barkeeper in der Bar in Tel Aviv. Also wenn es nicht so gut für ihn läuft, kann er einfach wieder Cocktail shaken. Ja, gemeint, gemeint, ich weiß. Wir gucken mal, was ihr uns dazu schreibt. Ayer, 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 Feier schreibt, kann bitte wer zählen, wie viele Kobis es in diesem Video gezeigt werden? 293. Portugal hat letztes Jahr auf jeden Fall seinen Titel besser verteilt. Boah, gemein. Chai schreibt uns, Israel Song ist langweilig pur, ich spüre auch keine Emotionen. Ich hätte mir etwas Besseres von Israel vorgestellt. Ja, das sehe ich halt auch so. Hier, Hatari-Fan schreibt, freu mich sehr auf die Live-Performance, dieses fast reinen A Cappella-Leads. Genau. Ja, die Special. Das wird sicher gut. Ich muss lachen, weil ich habe den Tweet hier vom Sofa Reporter gelesen. Bei Kobi habe ich immer das Gefühl, Harpe Kerkeling imitiert einen Oper-Sänger in Freddie Mercury-Optik. Freddie Mercury, ja. Ja, Entschuldigung. Ja, er ist schon ein bisschen under pressure. Hatte noch eine Weintraube. Ja, er möchte free-breaking zu Hause. Aber das ist wirklich so. Ja, seine Show muss weitergehen. Ja, ESC Bank schreibt auch von uns. Zuerst habe ich den Song gehasst, aber nachdem ich ihn live in Amsterdam gesehen habe, mag ich ihn etwas mehr, da er eine Megastimme und eine sehr gute Bühnenausstrahlung hat. Der Song an sich ist jedoch trotzdem ziemlich öde, wird nicht weit im Finale kommen. Tim schreibt, Israel hat auch wirklich alles gegeben, um nicht nochmal zu gewinnen. Ja, mir tut es schon fast leid, es tut mir auch leid, dass wir jetzt so hart oder ich auf jeden Fall so hart mit Kobi waren, weil der ist ja wirklich ein sehr sympathischer Typ. Ich habe auch ganz viele Interviews gesehen und die Auftritte und irgendwie würde ich ihm halt gönnen, dass er irgendwie etwas, was ich leichtere, irgendwas, was ihm mehr nach vorne trägt, antreten dürfte. Das ist gut, es gibt jetzt immerhin eine Version, ein Remix für den Euroclub, wo sie einfach Beats druntergelegt haben und die ist dann dafür da, dass die ESC Community dazu tanzen kann. Also wir müssen uns keine Sorgen machen, der israelische Song wird auf jeden Fall für Emotionen bei uns und bei allen anderen aus der ESC Community auf der Tanzfläche sorgen und wenn er dann nicht so gut abschneidet, im Finale ist so what. Und dann haben wir uns alle mal wie someone gefühlt. Israel darf alle 20 Jahre gewinnen, Israel, das ist eh klar, so hätten sie sich noch so anstrengen können. Stimmt, das ist eine Regel, die wird auch eingehalten und bei uns werden die Punkte eingehalten, ich bin sehr gespannt, wie viele Punkte du gibst, wenn du es so toll findest, Stefan. Ach, sag mal, also... Du, was ist denn fünf Punkte? Sei doch mal ein bisschen kritisch. Ne, ich war schon viel kritischer. Du hast, wie viel hast du Nevena gegeben? Sechs Punkte. Mehr Punkte, sieben Punkte, glaube ich sogar. Na, ihr wisst es im Zweifel besser, wir gucken gleich nochmal nach. Trotzdem, ja, fünf Punkte, ich finde ihn gesanglich ja auch nicht so wahnsinnig schlecht, aber ich finde einfach das Ganze drumherum theatrausch. Egal, du gibst auch fünf Punkte und das sind gut gemalte fünf Punkte, sehr interessant und unsere Community, die vergibt 4,9 Punkte für Israel. Eins. Ich bin nicht so wahnsinnig. Ich bin nicht so wahnsinn. Ich bin so wahnsinn. Vielen Dank.